Hier bin ich wieder und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja Leute, ich werde euch heute einfach mal ein bisschen mitnehmen, einen kleinen Vlog heute drehen, denn ich werde jetzt auch noch zum Friseur gehen, weil wie man vielleicht schon an den Seiten erkennen kann, eben wie weiß ich, so wie viele tausend Meter lang sind meine Haare und das will ich nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder. Ciao! Übrigens heutiges Outfit, Adidas Cap, ein Halsstuch, weil ich immer noch ein bisschen erkältet bin, Justin Bieber March, die Sixteen Jäcke, dann die Dose von Sarah und Nike Air Force One. Ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber die haben irgendwie noch einen speziellen Namen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich beim Friseur bin. Und ich war gestern noch beim Friseur kam, aber nicht mehr zum Filmen und konnte daher meine Friseur nicht mehr filmen, aber ich werde auch das Ganze nochmal jetzt zeigen und ich werde das runternehmen in drei, zwei, eins. Ja Leute, so sieht das Ganze aus, hier ganz unten drei Millimeter, dann immer wie mehr auf den Seiten, oben einfach so, das ging es einfach kaputt. Und ja, finde ich ja zu, das ist nicht die Beste, aber auf jeden Fall, ja, geht es schon klar. Das Blond ist jetzt wieder weg und ich habe auch auf Instagram eine Abstimmung gemacht, meine Haare wieder blond werden sollen. Und bis jetzt waren die Ergebnisse, ja, aber ich werde aber nochmals schauen und dann kann ich auch sagen, ob ich meine Haare nochmals blond fern werde. Heißt dort übrigens, unterstrich, unterstrich, ProStyler, unterstrich, könnt ihr mir ja gerne mal freuen. Und ich würde sagen, das ist das mit dem Video und ciao, Leute.